So, und das ist mein erster Tipp, bitte nicht nach einem Thema mit irgendwelchen Akkordbrechungen da rumspielen, die mit einer Melodie nichts zu tun haben, sondern nur irgendwelche Töne von Akkorden abbilden, aber keinen Zusammenhang haben. Lass das weg, sondern konzentrier dich auf die Melodie und versuche in gewisser Weise die Melodie zu variieren, als erste Form der Improvisation. Und das ist jetzt auch nichts, wie soll ich sagen, was ich erfunden habe oder für mich rausgefunden habe, sondern auf diese Art und Weise wird schon seit langer, langer Zeit, seit dem Beginn des Jazz quasi schon improvisiert und diese einfachste Form der Improvisation hat jahrzehntelang die Musiker sozusagen zur Kreativität inspiriert. Und heute ist es natürlich so, heute sind wir alle sehr gebildet und wir wissen alle, was Akkorde sind, was Funktionsharmonik ist und Major-Akkorde, Dominant-Sept-Akkorde, Moll-Akkorde, vermindert Akkorde. Es gibt ganz viel an Wissen, was einfach da ist, auch die